Alles dreht sich um die Kugel. Alles dreht sich um Laura Dahlmeier. Gesamtweltcup-Siegerin. Die große Kristallkugel hat sie sicher, die Anerkennung auch. Es ist eine unglaubliche Saison von Laura, wenn man bedenkt, wie viele Siege sie geholt hat und wie stark sie ist. Ich habe vielleicht das Zeug, sie auf der Strecke herauszufordern. Läuferisch kann ich ihn mithalten, aber am Schießstand keine Chance. Laura Dahlmeier holt das fünfte Gold bei einer Weltmeisterschaft. Das ist unfassbar! Fünfmal Gold, einmal Silber. Historisch. So wie ich sie ein bisschen kenne, sie hat wirklich eine gute Perspektive von Leben und sie ist sehr erwachsen für sein Alter. Wenn du sie mit ihr sprichst, dann glaubst du nicht, dass sie ein junges Mädchen ist. Sie ist ein sehr erfahrenes Mädchen. Dass als fünfte deutsche Frau die große Kristallkugel gewinnt. Hergestellt in Bayern. Präzise gefertigt, jede Kugel ein Unikat. Einzigartig, wie die Saison von Laura Dahlmeier. Ja, ich meine, sie ist zur Zeit wirklich die perfekte Biertlädin. Ich freue mich, sie hat es sich verdient. Sie ist anders als die anderen. Sie ist besonders. Weitere Gesamt-Weltcup-Siege nicht ausgeschlossen. Sie muss motiviert sein, hungrig und immer Entwicklung denken. Dann ist alles möglich. Laura Dahlmeier feiert eine perfekte Saison. Bayerische Kristallkugel für die bayerische Siegerin.